Ziegler zu Stille. 0 zu 1. Aber dabei sieht Straubing's Goalie wie so oft zu dem fünftigen Saisontor für Ziegler. Nach elf Minuten und dann staubt Terleksen ab nach einem Dupont-Schuss. Bisher ein schwarzer Abend für Kleimi und die Tigers 0 zu 1. Dann läuft bereits die vorletzte Minute im ersten Durchgang. Mittels hätte Connolly fast zum Anschluss genutzt. Gute Gelegenheit für Straubing in eigener Unterzahl. Die Gäste sind nachts zur 35. Spielminute und dann relativ aus dem Nichts der Anschluss der Gastgeber. Und wenn sich einer diesen Treffer verdient hat, dann Kapitän Sandro Schönberger. Nur noch 1 zu 2 für Schönberger. Erst das zweite Saisontor. Zweite Saisontor. Sechste Minute. Im Powerplay hämmert Madajski das Ding an den Pfosten. Viel Glück für die Eisbären. Wieder die Gastgeber. In doppelter Überzahl zieht Gio ab und trifft zum 2 zu 2. Ausgleich Straubing. Vier Tor für den Kanadier. Alles wieder auf Anfang. Das Drittel aber noch nicht vorbei. 16 Sekunden sind noch auf der Uhr und dann ist wieder Gio da. Aber er trifft in einfacher Überzahl nochmal dem Pfosten. Wieder Berlin mit Glück. In Richtung 2 Minuten sind im letzten Drittel gespielt. Und Rankel sorgt für eine eiskalte Dusche am Pulverturm. Die erneute Führung für die DEL-Saison. Die Gäste legen in Überzahl nach 44 Minuten schließlich nach. Duponts Schuss wird noch abgefälscht und rauscht rein. Doppelschlag. Saisontor Nr. 9. Die Haushörer nun völlig geschockt und völlig später. Wieder die Eisbären. Pohl. Der tanzt sich zum 5. Berliner Treffer durch. Die Tigers Defender. 5-2 Berlin nach 47 Minuten. Siebenmal hat Pohl nun bereits getroffen. Mahacek sorgt mit seinem Tor nach 49 Minuten für einen verfrühten Feierabend für den Straubinger Go Nadia. Nur noch etwas mehr als auf der Uhr, während auf der einen Seite Mahacek an der Latte scheitert. Betreibt auf der anderen, trifft zum 3 zu 6. Fünfer Treffer für Höflin diese Saison. Minute später aber schlagen die Eisbären umgehend zurück und zum siebten Mal zu. Auch Talbot will nochmal 7-3. Drittes Saison. Halter Abstand somit wiederhergestellt. Minute. James verwandelt einen Penalty zum 4 zu 7. Elf Tore. Die Hausherren lassen sich binnen sieben Minuten völlig zerlegen und kassieren eine auch in dieser Höhe verdiente Niederlage. Vielen Dank.